Okay, an dieser Stelle möchte ich einen Gastmusiker auf die Bühne bitten. Das ist für mich persönlich ein geiler Moment. Und mir hätte ich nie als Gitarrenspieler angefangen und ohne ihn wäre ich auch überhaupt gar nicht hier. Also gar nicht auf diesem Planeten. Das ist mein Vater, extra aus Siebitzer eingeflogen, Jürgen Graf! Hatte sich irgendjemand Rock'n'Roll Happen gewünscht? Ja, vorne, na klar. Der Rest hätte sich auch gewünscht, wenn er zum Ketten wurde. So, ich mach mir hier ein bisschen Platz. Wir werden ein bisschen improvisieren, wir garantieren es lieb. Okay, an dieser Stelle ist Rock'n'Roll Happen! 10 Euro für ein piece, Makes a real good deal today. Well, let me think, give me 10! Hey Jürgen, how are you? Let's play a song or two! Let's fight together through the night! I've been rockin' for heaven! I've been rockin' for heaven! Singing all night long! I've been rockin' for heaven! The party's going on and on and on! I've been rockin' for heaven! And sing some dirty songs! I've been rockin' for heaven! The biggest rock of road rings going on and on and on and on! And sing some for heaven which sounds sovre-pop lore! I've been rockin' for heaven! Even rockin' for heaven! The skins sound! The skins sound! I've been rockin' for idee- Skip analysis. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.